Schönen guten Morgen! Heute ist der 20. Juli und wir sind auf dem Deichbrand-Festival bei Cuxhaven. Und wir haben uns jetzt noch etwas ganz Spezielles überlegt, weil wir jetzt hier schon ein paar Mal gespielt haben und dachten öfter mal was Neues. Da haben wir unseren normalen Slot getauscht und spielen ganz früh als erste Band. Nämlich zum Frühsport. Und damit das gut klappt, haben wir hier, guck mal, eine passende Klamotte. Kannst du mal... Kannst du mal? Hast du das schon mal anprobiert? Ja doch, die Jacke passt schon mal 1A. Ich weiß nicht, wie es mit der Hose ist, mit der Trauser und ob die rutscht vielleicht dann. Aber das werden wir dann sehen. Die ist nämlich hier noch frisch eingepackt. Oh, und das sagt mir, das ist ja nur ein Nachbar von Homesick. Ja, super geil! Nee, aber man kann's mit der Kamera nicht so richtig, aber mit dem bloßen Auge wirkt es tierisch. Und was ist das jetzt hier? Wieso? Ja. Genau. Könntest du immer tragen. Ja! Dann geht's nämlich gleich los. Um 12 Uhr, erste Band am Samstag. Und die Leute sollen nämlich auch möglichst in Outfit kommen. Ob sie das machen? Ja, ne? Ja, klar. Verkleiden! Die Leute verkleiden sich doch immer gerne. Und bist du zufrieden mit deinem Outfit? Mega gut! Ciao! ENDCARE So, das war schon mal der erste Streich, der hat sehr gut funktioniert. Also, fünf Minuten vor der Show hab ich noch gedacht, oh, da sind ja nun überhaupt keine Leute da. Und plötzlich kamen sie reingeströmt, inklusive sogar der Krabbe. Wir haben den Krabbentanz gemacht, ohne zu wissen, dass eine Krabbe live im Publikum war. Und dann war die plötzlich da und sah sehr gut aus. So, und jetzt aber folgendes Problem. Schnapsidee hatten wir ja, dass wir um 16 Uhr einfach nochmal in dieser Hafenbar spielen. Und ab 16 Uhr soll angeblich das ganze Gelände evakuiert werden, weil so ein heftiger Sturm rüberkommt. Beziehungsweise hier müsste man ja fast sagen, dass es je evakuiert wird. Es wird evakuiert und jeder probiert. Es wird evakuiert. Ach, das Gelände wird ab und vor je evakuiert und jeder probiert. Probiert, probiert, probiert. Nee, ist ja gar nicht so lustig, weil das ist total scheiße. Wenn ihr wirklich gleich so dermaßen runterkommt, ja mal gucken. Ach, es kommt eh nicht runter. Und dann spielen wir einfach geil in der Hafenbar. Ich weiß gar nicht, da passen nicht so viele rein, ne? Ich hab Leute irgendwas zu 580. Geil. Ah, das wird gut. Aber Kilo, Kilo. Nee, 550 Kilo können da rein. Geil. Dachmann Festival, das war rundum sehr gelungen. Was machen wir das nächste Mal bloß? Hm.